Willkommen zurück beim Mass Effect Andromeda. Ja, wir öffnen mal diesen Behälter hier und sehen, da ist ein Hensi Piranha drin, was wir jetzt einfach mal erstmal nehmen. Und wir haben Drusa, der eine Quest für uns hat. Hallo Drusa. Wollen wir das Wrack nicht zurücklassen? Da draußen liegen Trümmer, an die wir nicht rangekommen sind. Wir müssen sie mitnehmen. Alles von dem Absturz gehört der Initiative und kommt mit Ihnen zurück zur Nexus. Gut. Wir wissen nicht, was noch intakt ist. Ich will nicht, dass feindselige Aliens etwas davon gegen uns einsetzen. Falls Sie irgendetwas von der Arche Nathanos finden, markieren Sie es zur Bergung. Oh, und danke. Drümmer, der Nathanos folgen. Datenpad. Was haben wir denn hier? Irgendwas schon mit diesem Planeten. Ich pflanze G-Zen hin. Ach so, das hatten wir schon. Wenn ich mich nicht ganz betäusche. Geht's hier hinten weiter. Platin. Ich hab das Gefühl, ich laufe hier aber jetzt erstmal gegen eine Warm. Okay, ich bin hier auf jeden Fall... Ich muss nach links. Da haben wir Nickel. Da haben wir wieder Platin. Ähm. Da haben wir wieder Nickel. Meine Frage ist eigentlich nur, wie komm ich denn... ...Behälter. Bergungsgut kam bei dem Händler gegen... Was? Okay. Scheint auf jeden Fall unglaublich wertvoll. Ich seh hier halt nur relativ wenig gerade. Ähm. Und ich habe scheinbar keine Ahnung, wie ich... Ich muss doch... Jetzt schräg nach... Nach links. Also, die Karte ist schon nicht ganz überein. Na, egal. Wir haben auf jeden Fall mehrere Punkte hier. Viel zu viele Punkte eigentlich. Brauchen wir noch Munition? Haben wir scheinbar. Ich höre überall Geräusche von Tieren. Ach, und jetzt machst du die Taschenlampe an. Da möchte ich nicht runterfallen. Wachsam bleiben. Wir wissen nicht, was da unten ist. Es sind Anblicke wie dieser. Für die sich das alles lohnt. Du findest das also... Also, sich ist das eine coole Sicht, ja. Allerdings. Das nenn ich Teamwork. Ich glaube, das zeigt nicht wirklich in die Richtung, wo ich hingucke, habe ich das Gefühl. Dankeschön. Memo an mich selbst. Der war nicht so schlau. Memo an mich selbst. Das ist das gleiche nochmal. Lass dich bitte mal in den Schild wieder regenerieren, sage ich schön. Anscheinend war dem das zu hoch. Ihr kommt hier nicht hin. Und ich habe keine Schuss mehr. Okay. Wirklich? Komm. Guck nochmal raus. Komm. Ich habe gerade einen Ich-Brauche-Hilfe-Wand gehört. Oh, das war die falsche Taste. Oh. Gucken wir erstmal, ob wir da hinkommen. Bevor wir jetzt hier weitergehen. Was für toll, wie sind das für Geräusche. Bist du das? Bist du das? Oh, ich bin runtergefahren. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Also runterfallen. Ich freue mich noch auf wieder neue Munition. Da vorne ist aber noch ein Freund von uns. Wo bist du? Zehn Schuss habe ich noch. Oh, jetzt kämpfen die gegen den. Oh, wo kommst du denn her? Da ist das mein Freund der Galon. Und wer wollte mich da hinten gerade abschießen? Oder? Das war der Letzte. Das ist ja schön. Munition aufgenommen. Ja. Und er hat auch keine neue Munition mehr. Das ist natürlich... Ich verschieße hier alles, was hier so ist. Einen, du hast gerade irgendwie noch den erwischt, den ich gar nicht anvisiert hatte. Egal. Ähm. Ach, dieser Hund. Ich hoffe, ihr hört den Hund von nebenan, nicht? Der... Da... Mich gerade ein wenig nervt. Ähm. Rücken sie eh, um ihre Wachpfeuern nachzuladen. Lieb von dir, dass du mir das sagst. Ähm. Wo kann ich denn hier irgendwas... ...nö, ne? Nö. Ähm. Aber in 40 Metern in die Richtung scheint irgendwas zu sein. But whatever it is, I want to have it. Trümmer der Arche Nathanus. Zur Bergung markiert. Hm. Schön. Das heißt, das war's auch schon, was ich hier machen muss. Hm. Hm. Das war's ja dann quasi schon. Ich dachte gerade schon, er wird auch über das Leben. Okay. Dann können wir ja auf die andere Seite. Wo wir, wie wir gesehen haben, ja auch noch mehr als gut zu tun haben. Okay. Okay. Was ich hier nicht mal? Was ist das? Oh, was ist das? Entschuldigung. Und hier irgendwo schallt. Wunderbar. Zur Bergung markiert, das sind die richtigen Worte. Okay, ich sehe schon. Das wird spaßig. Ja, komm schon. Interessanterweise wären die sich nicht, wenn ich auf der Distanz schall. Was eigentlich ein bisschen traurig, also KI-mäßig ein bisschen traurig ist. Dass sie sich weder verstecken, noch überhaupt zu mir kommen. Oh, naja, was soll's. Deswegen kann ich hier schon meine Sniper-Position ausnutzen. Echt? Was war das für'n Geräusch? Okay, whatever. Keine Ahnung, ich dachte gerade, irgendwie einer wäre hinter uns, aber nein. Pathfinder, das hier scheint angaranisch zu sein. Und sehr alt. Angaranisch und sehr alt. Keine Ahnung, was ich da gerade getötet habe, aber... Ein Pilotenhelm, mein Alter. Okay. Ich hab ehrlich gesagt halt keine Ahnung, wo wir hier sind oder was wir hier tun. Aber Behälter, schön. Äh, Schmiermittel. Hier ist nochmal Munition, auch gut. Dann kann ich wieder mal einen Sniper ausrüsten. Netter Schuss! Also Gameplay-Technisch ist das Spiel an sich nicht schlecht. Also hier Planeten erkunden, durch die Gegend laufen, böse Sachen töten. Das ist ja alles, alles schön und gut. Man sollte nur vielleicht die Story weglassen. Und man sollte vielleicht... Jetzt liegt er, na super. Äh, wo sind meine Leute? Au. Ich hab eigentlich von meinen Leuten mehr erwartet. Ich will mir helfen oder so. Weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen viel verdanken. Wo bin ich denn jetzt hier? Also hier unten scheint auch noch irgendwie irgendwas zu sein. Ähm. Da oben ist vor allen Dingen... ...ein Punkt für mein... Ich hab hier gerade angefangen. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Grümmer der Arche Nathanus. Zur Bergung markiert. Schemriss. Was sind denn Schemriss? Irgendwelche niederen Kreaturen. Das ist gut. Oh, wo kommt die denn her? Oh, wo kommt die denn, ne. Oh, das ist gut. Das ist gut. Ah, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Ich bin da. Also, wir werden hier. Der hat sogar Überrester für mich. Das ist ja lieb. Lieb und nett und freundlich. Ich sehe schon, was da hinten auf mich wartet. Irgendwo ist irgendwas zum Scannen. Datenpad. Meine Familie ist schreiend aus Wold gestorben. Ich habe an jedem Morgen alle in unseren Lager zurückgelassen, um auf den Weg durch die Schlucht zu finden. Wir waren nur einen Tagesmarsch von der Sicherheit von Techeiks entfernt. Ich weiß noch, dass ich voller Hoffnung war. Wir könnten unsere Qualen überleben, als ich plötzlich brennendes Fleisch gerochen habe. Ich bin auf dem Rauch zugegangen, obwohl ich wusste, dass ich zu spät komme. Die Kette haben die verkohlten Überreste meiner Familie auf einem großen Haufen zurückgelassen. Aber ich konnte immer noch schmerzverzerrte Gesichter erkennen. Meine Eltern, meine Brüder und Schwestern, mein Mann und unsere Kinder alle tot. Ich hatte mich noch nie so machtlos gefühlt. Ich habe ihre Asche verstreut, während mir die Tränen auf der Haut gefroren sind. Mann, dann bin ich nach Techeiks gegangen, wo ich Axel getroffen habe. Aha, okay. Und wer ist Axel? Weiß niemand so wirklich, ne? Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Da ist nochmal Munition, das ist nett. Ich bin hier immer noch in dieser Schlucht. Ich bin noch nicht ganz sicher, wo mich das jetzt hier hingeführt hat. Das sieht für mich nämlich noch eine Art Sackgasse aus. Aber hier scheint es eine Treppe nach unten zu geben. Vielleicht gibt es hier ja irgendwie einen Weg. Ich bräuchte natürlich einen Weg nach draußen, nach oben. Quasi. Scheint das hier irgendwie alles andere als nach oben zu gehen. Also falls ihr euch denkt so, ja, ich sehe hier kaum was. Ja, ich auch nicht. Das ist immer nur ein größeres Problem. Der Planet ist unglaublich dunkel. Ich sehe mir gerade so ein bisschen die Wüste zurück von Eos. Ach, ich war gerade kurz... Ah, ich glaube ich weiß, ich war gerade bei meinem Pingenspunkt hier. Ja, ich weiß nur nicht, wie ich da hinkomme. Muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, wie ich da rüberkomme. Das hier sieht aus wie so eine Art Tor. Und da geht es auch weiter. Also, es scheint so... Das würde es hier irgendwo eine Art Tor geben. Obwohl wir das öffnen können oder nicht, ist jetzt mal eine ganz andere Geschichte. Aber ich würde es erst mal gerne finden. So, jetzt bin ich hier. Ja. Tja, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Und werde es erst mal auf sich beruhen lassen. Es gibt mehrere solche Dinge, die Tore aussehen. Mal schauen, ob wir da später noch hinkommen. Gerade, ja... Entweder, ich bin zu blöd, den Weg zu finden. Oder ich soll ihn gerade noch nicht finden. Da ich nicht weiß, ob ich ihn finden soll. Ähm... Dann lasse ich das gerade einfach mal aus. Und gehe mal wieder in ein bekanntes Gebiet. Das ist auf jeden Fall ein sehr merkwürdiger Planet. Also, ich fand EOS irgendwie besser als das hier. Also, ja, muss ich halt einfach ganz ehrlich sagen. Ich finde EOS irgendwie angenehmer als das hier. Scheiße ist das Grün hier. Ich spüre schon, wie meine Allergien wieder aufflammen. Wir sind zwei Millionen Lichtjahre von zu Hause entfernt. Und Sie haben Allergie? Keine Ahnung. Vielleicht schlägt auch nur mein Spinnensinn an. Ja. Oh, Hallöchen. Ich habe keine Ahnung, ob ich ein bisschen was mit dem Trigger haben kann. Oh, da kommt was Unsichtbares auf mich zu. Haha, denkst du? süß mein großer süß ja und der despawn dann direkt wenn ich mich einmal von der leiche wegdrehe ich hoffe es hat mir wenigstens erfahrungspunkte gebracht äh ich sehe wenn ich gerade abgeschossen denn ja von wo wer bekämpft da gerade auch noch ein vieh okay wer bekämpft da wen trümmer der arche natanus zur bergung markiert also da ist ich sehe da die ich sehe relikte und ich sehe ihn hier bei wem mische ich mich jetzt moment 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 wenn ich gerade auf jeden Fall sehr nett weil ich habe ein bisschen zu viel muni gelassen ähm dann im behälter schön immerhin mit ja irgendwas was keine ahnung was ich da gerade bekommen habe da ist der treppe nach unten ich habe keine ahnung was das darstellen soll aber egal wir gucken erst mal nach hinter uns die die restlichen fünf dinge die irgendwo dort hinten sind ohne munition ist das das muni und munition dankeschön wir machen den kurzen kart ich sage bis gleich bis nächstes mal bis in diesem part weiterhers weiterhers